Das nenne ich mal richtigen Einsatz. Diese Bands hier, sie heißen Straff, kommen natürlich aus den Niederlanden und sie sind allen Ernstes mit dem Fahrrad gekommen. Damit ziehen sie ihren Anhänger, sind dadurch natürlich hochflexibel und können mal eben hier vor dem Rathaus in Groningen spielen. Denn wer weiß, vielleicht werden sie ja auch entdeckt und starten dann richtig durch. Wir gehen jetzt in den nächsten Club und sehen das nächste Konzert und ich hoffe, dass es da etwas wärmer ist. Bis zum nächsten Mal.